Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu dem Spiel Hyänes oder Hyänen auf Deutsch, Hyänas. Wir haben hier einen neuen Extraction-Shooter angelehnt, meiner Meinung nach, an The Finals, was mich sehr freut, weil ich liebe The Finals. Und eine kleine Mischung mit noch die Sieve Inc. Es geht darum, dass mehrere Dreier-Squads auf derselben Map unterwegs sind, mehrere Tresore knacken, das Geld bzw. Raritäten daraus nehmen und wer zuerst einen Wert von 10.000 Währungen erreicht hat, der darf die Map verlassen. Das Ganze können die anderen Teams natürlich verhindern, denn es gewinnt nur das Team, was als erstes diese Raumstation verlässt. Bedeutet, viel PvP, viel Diebstahl, viel Geballer, viel Action und das Ganze natürlich so mit Low Gravity und allem, was da so zugehört, so im Weltraum, ist auf jeden Fall sehr geil, sehr actiongeladen. Mir macht es extrem viel Spaß und ich hoffe, dass es gut ankommt, denn ich würde gerne mehr dazu hochladen. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich hoffe, es zieht bei euch, denn mir macht es extrem viel Spaß. Für mich reiht es sich so ein bisschen ein in The Finals und Bloodhunt, so vom Gamepace her. Hyperscape und das macht mir einfach extrem viel Spaß. Ich liebe es und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Ich habe in die Sonne geschmied. Ich gehe mal in den Raum, ruhig da vorne. Also ich gehe weiter. Oh, scheiße. Der Raum ist doch weiter weg, als ich dachte. Ich versuche es trotzdem mal. Okay. Also weil hier ist auch ein Team gespawnt. Vielleicht looten die aber zusammen in anderen Raum. Also noch haben sie mich nicht auf dem Schirm. Boah, bei mir wäre noch ein lila Schild, aber es ist halt am Arsch der Welt, ne? Ich habe eins. Oh, so eine Breakable Wall und ich kann sie gerade nicht wegmachen. Sollen wir uns noch sammeln? Also seid ihr schon mal? Ja, ja. Also wo seid ihr da, wo wir waren? Wir müssen hier wieder raus. Ja, aber hier ist noch von mir. Hier drüben! Oh, hier ist ein Gegend. Also nee, hast du es aufgemacht? Ich bin auf dem Weg zu euch. Also ich versuche es. Hier sind noch zwei Schild-Batterien. Mal ausgleich den Bums. Wo hast du den Bums? Wo hast du die Machen? Wo hast du die Machen? Hier drüben! Hier drüben! Da war eine Tür. Ja, egal. Wir machen den Tresor hier. Oh ja, ich nehme uns. Wir machen. Da ist es da lang. Genau, ja. Können wir vielleicht machen. Was war das? Wird angeschossen, oder? Nee, das ist die Scheiße hier wieder. Können wir ausmachen. Mach die weg, ja. Okay, die sind halt hier oben drin. Ich würde aber eher auf Spieler gehen, anstatt auf... Oben, 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 im Raum. Ich werde geschockt von allem. Meine Nate hat gehittet. Der, der ist low. Einer down. Zwei down. Noch einer, oder? Zusatz, welchen Gegner. Einer tot? Er ist tot. Haben wir die anderen gegibt, eine? Einen habe ich gefinished, nur. Oh Gott, hier ist alles bei mir scheiße. Obwohl, eine Gegnerische Crew ist weg vom Fenster, ist ja schon mal gut. Vielleicht auch eine Zweiergruppe zu gehen. Wollen wir hier drin bleiben, oder? Äh, Gegner von außen. Der Shadow ist fast down. Ja, der dann ab B. Ja, down. Wird das noch einer? Das nächste Mal bin ich nicht so gnädig. Links an der Seite. Du hast Warleg drauf. Ich bin... Flieger. Ich bin geschossen. One HP. Ich finde schon den Sonic. Okay. Ich werde noch... Ich habe einen Flammenwerfer abbekommen. Ich werde schon wieder beschossen. Gegner von oben links. Ich habe keinen Radar in Norden, Norden, Norden. Hier drüben. Da oben. Da, on Mark. Hat einen Headshot, 134 Minus einer. Boah, ich bin blind. Einer hat meine Nate gefressen. Die kommen erstmal nicht rein. Einer close unten. Hat 100 Headshot. Ist ein Imposter. Down. Oh mein Gott, die Sniper, Alter. Wir schießen Randos auf mich. Wir schießen Randos auf mich. Die blockt alles. Auch von mir, obwohl die vor ihr steht. Ist down. Äh, hinter ihr. Das Team ist auch tot. Wir haben drei von vier Teams gekillt. Komm. Das letzte suchen wir auch noch. Auch schön. Let's go. Hier ist ein episches Schild. Nee, nee. Ich brauche zum Auffallen. Alles gut. Es ist ein weißes. Alter, die Sniper ist ja geil, dass ich es probiert habe. So, dann warten wir doch einfach mal auf dem Radar, wo die hinwollen. Wir können auch nicht mehr gebackstabt werden. Wir haben einen clean Kampf. Wir sollten auch einfach deren Geld nehmen, würde ich sagen. Dass wir gar nichts holen. Wir warten auf die. Weil dann verbrauchen wir auch keine Schild und so Ressourcen mehr. Lass mal Richtung Mitte gehen. Das Problem ist, ich habe halt kein Schild gerade, ne? Äh, dann haben wir hier noch... Du hast ein lila Schild, aber die fehlen Dings. Dann müssen wir die grünen blauen rollen. Ja, ich habe eine Batterie noch, aber das war's. Ich gehe so Richtung Mitte einfach. Hier, warte, ich gucke mal, ob hier Schildbatterien drin sind. Äh, hier sind zwei Schildbatterien drin. Komm mit, oder? Die lasse ich auch da. Ich habe noch eine, aber das reicht ja. Ist ja nur noch ein Fight. Ich habe auch so ein Portal-Ding, ne? Ja, vielleicht, wenn sie so weit genug weg sind, aber wir... Machen die jetzt keinen Tresor? Haben die Schiss? Hier ist ein weißer Tresor. Ja, das ist den, den die geloot haben. Die haben ja 5000 Punkte. Den haben sie ja schon. Da reicht es in dem anderen. Bei mir, bei mir, bei mir. Holler, komm mit. Ja, bin unterwegs. Bist du alleine noch, Gippy? Da oben sind die. Hier drüben! Wo? Also, es ist gerade rot. Ich komme gerade nicht rein. Hallo. Oh nein. Der eine hat einen Sniper hinten oben. Einer low. Die sind alle low da. Ich muss schälen. Ihr müsst zielen, ihr müsst zielen. Holler auch. Ja, ich bin leider... Hinter uns einer. Einer kommt hinter uns hoch, Gippy. Er hat kein Schild. Einer down. Ich muss zielen gehen. Ja. Die sind immer noch drinnen, ne? Ja, sind die letzten beiden. Oh Gott, hier ist alles voll mit Scheiße. Die einen hat einen Sniper-Headshot. Muss mich halten. Einer down. No scope. Down, alle down, alle down. Und finishen. Jawoll. Fangen wir doch den Tresor leer. Also ist er eh vorbei. Die Quote ist erreicht. Das merke ich halt leider nicht. Was ist bei dir anders? Du machst halt mehr Schaden. Wer stunt die denn immer so, dass die alle so benommen sind? Was ist das? Flashbang? Die Blitz. Ja, okay. Die habe ich auch, ja. Banger. Ja, aber man muss aber sich zu Disguisen erst mal ein Foto von jemandem machen, ne? Und wie machst du das? Du drückst Q, also du drückst deine Fähigkeit, während du neben einem stehst. Du musst den dann fotografieren, so gesehen. Aber ist, also musst, jetzt kriegst du nicht random wen? Also du kannst es nicht einfach so drücken? Ne. Ich muss den fotografieren und dann vergleite mich jetzt her. Also die deutsche Synchro, die haben gute Sätze. Irgendwelche Randos schießen auf mich. Finde ich schon gut, ey. Quote in Fluchtzone reicht nicht aus. Wir müssen alle in der Fluchtzone sein. Also, zwei Stück wahrscheinlich zwei. Ne, Quote, ja, zwei. Aber ich weiß nicht, ob alle dann auch abkommt. Guck mal, wie Holla rennt. Ja, der kann sich verruhieren. Du bleibst wie, äh, Sonic. Wir haben alle Teams gekillt. Wir haben vor, wir haben 16 Kills gemacht. Von 15 möglichen. Einer ist wieder aufgestanden. Wir haben einfach komplett zerstört. Ja. Wie viel? Das sind vier Gegner-Teams, ne? Zwölf. Dann sind ein paar, also wir haben wirklich komplett abgerissen. Ach, neun Kills haben wir gemacht. Ja, neun Kills. Ja. Also, spielst du morgen nicht mit mir Dark and Darker, Dado? Nein. Morgen spiel ich nicht Dark and Darker. Ja, warum denn nicht? China, links. Ja, wir müssen hier, haben wir eh nur zwei Räume. Das letzte Geräusch, das die Feinde, wird das Pfeifen von Lack. Die Scheißgänger, die auf dem Boden sind, die tilten mich schon. Diese Aufräumen-Roboter? Ja. Absoluter Endgegner. Oh. Mann. Ich habe einen Schrank gelootet. Ich habe auch jetzt einen, also du hast unten in der Mitte. Ja, das stimmt. Also, es gibt bestimmt noch einmal da oben, guck mal, darfst. Hier drüben. Da müsste noch einer sein. Soll hier ist ein Teleporter so? Ne. Ist dann wieder das Schild, Dado? Äh, ne, du hast keins. Schade, dass man nicht irgendwie so inventarmäßig sehen kann, was Sachen machen. Ja, true. Das Schatz ist hier genau bei mir. Einer von euch ist sogar bei mir in der Nähe. Die linke Seite. Ja, ja, ich war nur gerade dann noch am Looten. Also hier drin eigentlich. Ich mache die Scheiße aus wieder. Ja. Ich habe diesmal keine. Ja. Hier, hier. Hier drüben. Links im Sekt. Hier hier durch. Ja. Einer hat einen Headshot. Der vor dir. Beide ohne Schild. Beide Gegner, die wir sehen, hatten kein Schild. Der hat eine Bude bekommen. Ein anderes Team feiert auf mich. Ich bin nicht direkt. Ja, oben hat auch noch einer kein Schild. Der hier durch. Der gelbe. Boah, was ist das denn? Ja, ja, ist down. Okay, okay. Das war geil. Alter, das waren zwei Buden. Wann hat das Ding gesagt, dass das Team tot ist? Noch sehe ich keinen Totenkopf. Nee, hat es nicht gesagt. Ich sehe auch keinen Totenkopf oben rechts. Habt ihr zwei oder drei? Wir haben zwei, also deswegen. Ah. Ey, ist das echt gerne? Geil. Ballern. Mir hat ja auch die AK Spaß gemacht. Vielleicht ist die Shotgun auch gar nicht so bad, wie ich erst dachte. Wollt ihr da noch looten? Da wollt ihr weiter. Ja, ja, ich hab, äh. Würde ich schon gerne eigentlich noch looten. Mhm. Habt ihr oben die Räumehalle auch gemacht? Hm, in dem, wo die Gegner waren, da haben wir alles. Die Kugel kannst du bereiten. Das ist dann wieder Schild. Ja, ich hab zwei Waffen-Mods. Ja, jetzt wär Low-Gravity wieder geil, um da ranzukommen. Woran? Wir machen dran. Ja, ein Thema 6K, ein Thema, zwei Thema 5K. Andere Seite genau, ne? Ja, es könnte sein, dass die da mit 10 machen. Wenn du von... Wenn du in die Low-Gravity-Zone reinkommst, das Ding ist immer so, als wenn du Schaden bekommst. Also das ist das, glaube ich, was dabei so stört. Du hast dieses Gefühl, dass du Damage gekriegt hast. Hier haben wir geradeaus durch. Ja, ich bin... Aber du bist damit schneller, in der Theorie. Versuch nur rein zu aim. Ich kann uns porten. Ja, ja, ich bin schon hier. Also hier ist auch geballert. Ich warte, aber ich stehe... Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, wo wir sind. Ich bin bei dir. Ich bin unterwegs. Okay. Okay, wir sind also hier vor uns mit Geschossen direkt. Hier irgendwo, hier drinnen. Und in Warnung? Neben hier. Ja, hinter uns auch. Scheiß Low-Gravity-Boomst. Der ist hier rein bei dir. Den einen habe ich gedauert, aus der Luft habe ich den geschossen. Der ist hier vor dir lange, lange. Das ist noch ein anderes Team. Ich bin tot. Das ist noch ein neues Team. Ach Mann. Deine Mission endet. Ach, dieses Rumpfliegen hat mich ab. Gehle erwischt! Hinter mir holler. Ich habe einen. Sie ist tot! Ob das Team noch, ne? Ich muss mich heilen! Ich bin hier in die No-Gravity-Zone gegangen. Ja, ist mal. Ich könnte mich auch nochmal wiederholen. Ja, ja, ja. Direkt neben euch ist vielleicht sogar... Muss ich dafür was aufheben von dir? Nee, nee, nee. Gegnerische Crew. Okay, es geht mir hoch. Einer down? Das war eine Warnung, Armin. Kommst du mit? Wahrscheinlich nicht. Nein! Er war so low. Warte, vielleicht wenn ihr mich finisht, vielleicht holst du mich auch automatisch wieder. Ich bin jetzt tot. Oh, die Flashbang hat es echt gerissen, Alter. Geil, ja. Geil, ja. Nice. Oh, die Dings, ne? Äh, die werden von uns. Wir können gleich, wenn die kämpfen, versuchen wir einfach zu looten uns. Oh, Moment. Die sind schon fertig. Wo ist denn der Abgabepunkt? Sehen wir den auch? Wir sehen den Abgabepunkt nicht. Aber da müssen alle hin. Wir können locker looten uns. Nee, die sind hier noch. Ja, da unten. Habt einen Headshot down. Noch eine, noch eine, noch eine. Ja, man muss sagen, dass die anderen nicht rauskommen, ne? Ist fast schon. Ah, ich liege. That low, that low, that low. Oh, das bist du ein Fuck. Ich hebe auf. Der Tod kann warten. Der ist down? Ja, wir müssen trotzdem zu den anderen. Hab einen Gegner erledigt. Das waren die? Nee, die Kronen ist oben im Norden. Okay. Sie ist tot. Ihr habt gerade eine ganze Crew weggefegt. Die haben wir Teleport lassen? Äh, Teleport da? Warte, ich hab einen. Die sind noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob die sich wegporten wollen. Guck mal, die stehen im Tresor drin. Wo wollen die denn wohl raus? Das sehen wir halt leider nicht. Das hab ich mich gerade schon gefragt. Ich kann hier einen Porter setzen. Ja, lass uns erst mal zu denen laufen. Und dann, falls wir müssen, Teleportieren, oder? Jetzt bewegen sie sich, oder? Oder wollen die mehr? Die haben das noch gelootet. Die wollten mehr. Wir müssen jetzt aufpassen, ob die sich porten. Ich hab ja keinen Schild mehr, ne? Ich weiß nicht, wieso der nicht portet. Wie macht das? Er auf einen dieser Dreiecke drücken, die da sind. Da sind vorgefertigte Portpunkte. Einfach reinlaufen? Ja. Wir müssen hier links an uns dann, oder? Ja. Hier vor uns. Kein Schild. Kein Schild, ein App hier links und weg. Die Kronen ist aber irgendwo in der Mitte. Nicht, dass da ein Escape-Ding ist. Wir sind im Abgabepunkt. Er ist tot. Warte, warte, warte. Hier drüben. Hier ist der Abgabe. Könnt ihr Low-Gref ausmachen? Äh, läuft, ne? Ich schille im Abgabepunkt. Die hat einen Sniper-Hit da drüben. Hier drüben. Der Gegner, der wegfliegt, der Markier hat einen Sniper-Hit. 134 Minus. Hat Low. Ich muss einmal schieben. Das andere Team greift mich an. Nice. Ja. Jetzt können wir pushen. Wir können jetzt einfach reingehen. Holla, wenn wir mal drin sind, reicht's. Okay. Dann geht der Timer los. Sie ist tot. Oder? Wurzeln, Flugzonen, ne? Wir müssen... Aber Holla war gerade nicht drin. Weil es zu Ende war vielleicht danach. Okay. Er muss uns pushen. Er war da reingegangen. Vor uns in diese Tür. Hier in die? Ja, aber schon länger her jetzt. Er muss. Ja, schön. Hat er Low-Graph ausgemacht? Ich hab Low-Graph ausgemacht. Der kommt nicht mehr. Verliert er aber auch. Öh, Katzengranate? Nee, 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 nee. Das war eine Stromgranate. Hast du die Katzengranate? Das ist eher stimmt. Er versucht, sie durchzukommen. Aber es war so... Geil. Die waren den Tresoren blootend und haben sich weggeportet. Das hab ich mir gedacht. Und dann hat es gibt mir auch noch ein paar Tage. Na. Gute Arbeit-Crew. Ihr habt euch durchgesetzt. Sehr gut. Und jetzt haben wir 15k mitgenommen. Oh, yeah. Geilo. Nice. Macht schon Spaß, muss ich sagen. Ja, ist schon nice. Schon sehr nice. Ich kenne nur so eine Error-Karte. Da steht einfach Platzhalter drauf. Ungefähr. Discard steht da drauf. Einfach Discard. Schwarze Karte, weißer Text. Discard hinten, Lokaner-Karte. Die kenne ich noch. Alter, warum haben wir so viel Pech? Wieder den Raum links. Den Mechaniker-Raum. Ingenieurs. Sucht nach Gegenständen zur Aufrüstung. Cloud-Ware um Cloud-Punkte zu sammeln. Und dann kommt dann mit euren Belohnungen. Man wird sich an meinen Namen erinnern. Das ist leider noch der Vault. Das ist ja, wenn du in diese Low-Gravity-Zone kommst, denkst du kurz das Damage bekommen, finde ich. Oh, der hat aber schnell hin und her gewechselt. Der ist allgemein sehr schnell. Ich habe einen Raum jetzt geöffnet. Also, ich bin in einem Raum drin. Ich bin von anderen Seite öffnet. Hast du gerade die Kiste aufgemacht, Gipi? Ja, aber da war kein Loot drin. Also, da war ein Waffen noch drin. Und ein blaues Schild. Jetzt in der Kiste, ja. Gibt noch nichts. Aber das ist hier auch dafür. Äh, da ist ein roter Marker. Ja, ja, in dem Links von uns, ja. Das sind auch Leute, ne? Die haben aber auch nur zwei Loot-Räume. Ja, ja. Wir müssen mal vorsichtig gucken. Ist Low-Gravity hier an? Nee. Dann können wir eigentlich arbeiten. Wir schießen auch. Wir sind hier... Ja, da sind noch die Wachen drin. Die sind eigentlich so ganz am Anfang, ja. Flashbang oben drin. Der hat mich schon auf dem Schirm. Sonic, episches Schild. Er hat einen Headshot bekommen. Ich werde von Randos angegriffen. Komm zurück. Vor dir eine. Die schnelle. Ja, leider. Ich wollte dir helfen. Ja. Sonic low. Sonic down. Ja. Noch einer unten hier. Einer hinter uns, glaube ich. Ja. Er ist low. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Down. Hinter dir noch. Ist auch low. Ist down. Und bleibt. Ein anderes Team feuert auf mich. Er ist tot. Ich bin gegnerisch. Ich bin gekümmert. Ich lade nach. Hier ist ein blaues Schild noch. Ich glaube ich alle lila blau. Ach so, ja. Jetzt habt ihr noch nie das gesehen. Ne. Hab ich von meinem Gegner geklaut. Wait. Können wir nicht hier den Dings mitnehmen? Was denn? Ah nee, das war ja nur so ein Ruhepunkt. Es wurde was aufgebrochen. Ja, aber noch nicht leer. Aber trotzdem. Hier bei uns, Gegner. Habt ein Headshot. Noch ein Headshot. Ist dabei. Ist down. Mach's dir ruhig gemütlich. Der kriecht aber jetzt locker weg. Wird gar von der Katze gekillt. Sie ist tot. Sie waren hier drin dann, ne? Ja, links, oder? Ne. Lol, das ist so... Also, wenn die NPCs da mit Lowgraf fliegen, ist der witzig. Man kann übrigens da drauf schießen hier. Um Lowgraf an und aus zu machen? Ja. Ich mach mal Aufdecksachen ein bisschen. Moment, warte. Die haben's wieder angemacht, oder was du das? Ich weiß nicht, aber... Die sind hier drin, oder? Weiß ich nicht. Ich hab da auch reingeschossen, aber da war keiner sonst. Die sind nicht Agro. Ich hab grad einen Aufdeckkronen reingeschickt. Ich hab vier NPCs aufgedeckt. Oben in der Mitte ist offen. Ist leer. Ja. Da schon wieder. Über uns, oder? Norden muss eigentlich sein. Rein logisch gesehen. Denn gelbe über uns. Wenn die oben bei denen waren, dann wären die direkt daneben. Ja. Mal gucken. Den einen haben sie wahrscheinlich wiederbelebt. Die hat ausgeschaltet. Hey, hier sind sie drin. Ich hab noch ne Aufdeckdrohne, die halt aber leider keinen hohen Radius hat. Hier rechts müssen sie drin sein. Ich schick rein. Ihr seht ein bisschen was. Oben rechts gelb, glaub ich. Ja, gelb. Das Gegnerteam setzt mir zu. Ja, einer da und ne, one-and-spiel. Hier rechts drin. Ich hab ein, ne, war da auch ein anderer. Mit one-and-spielten hab ich. Ich bin am Boden. Du bist aber noch am Leben. Ich halte dich. Ich halte dich. Ja, ich bin nicht eigentlich hier an. Der holt sich wieder. Der hat den letzten, der lebt neben mir. Ja, ja, ich wollte nicht. Er gibt den letzten Tod. Ich kann ihn so schnell, kann ich ihn nicht töten. Ich bin aber dran. Wir müssen Gibi wiederbeleben. Er ist tot. Du hast den letzten gekillt, Holla, ja? Ich hab einen gekillt. Ich lass Gibis Sachen hier einfach liegen. Wie ist der Respawner? Der ist hier close. Ich geh hinten. Wir müssen noch aus dem Tresor raus. Diese neue Gegner, Holla. Ja, ich lute hier gerade noch. Gibt's einen anderen Weg raus? Ja, ich brauch lieber einen Weg raus. Aber einen, den die nicht auf dem Schirm haben. Äh, ich mach einen Teleporter. Äh, irgendeinen hat einen Teleporter von denen. Äh, ich teleportier mich kurz. Sehe ich die Zonen zum Reviven auch? Ja. Ich komm mit Gibi aber von relativ weit weg zurück, ne? Oh, Moment. Gibi kann sich ja wieder zurückporten. Oh mein Gott. Lol, Gibi, du kannst dich direkt wieder zu deiner Leiche porten. Ja, wir gehen da wieder rein. Ich hab ne Nate oder so gefressen. Ich bin da wieder reingegangen. Hast du meine Granate mitgenommen, Holla? Bin ich noch im Tresor? Natürlich nicht. Weißer. Mein Gott, der Teleporter war ja insane. Hallo, ich bin da. Look hat eins. Wir schießen Rando. Wir haben unsere Krone hier. Habt ihr den nicht mitgenommen, die Krone? Wie sieht unser Plan aus? Äh, wenn der da oben lag, hatte Holla den. Ne, der lag ja noch da. Ich, ja. Beistück. Das war eine Warnung. Zwei Down. Zwei Down. Zwei Down. Du bringst ein schönes Kopfgeld. Hat sowieso nicht dir gehört. Naja, jetzt kannst du den Teleporter aufheben. Ne, ich hab neun. Ne, kann ich nicht nehmen. Warte, wenn ich den wechsel und dann wechsel, dann geht's wieder. Warte, ich nehm den Teleporter. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Okay. Äh. Gib ihr wieder benehmen? Gib ihr wieder benehmen, alles. Moin. Da kommen auch Punkte Frauen. Ich wollte schon immer mal. Aber komm, das mit dem Teleporter ist insane, oder? Ja, der Teleporter ist super geil. Das ist super geil dafür. Und so zerbröselt eine Kuh. Versage. Ich bin wieder da. Ja, aber sonst wo. Bist du nicht an der Maschine revivet? Nö. Doch, da war ich aber hingeportet, wo du bist. Da war aber kein Porter. Ich kann nochmal hier Teleporter aufnehmen. Äh, nö. Ja, aber dann kannst du doch hier den Zeit luden. Ja, wir können doch zum Ausgang vergehen. Entschuldigung. Das spricht dich. Vorher ist noch Schilder. Steht bei der Reese. Steps vor mir. Aus dem Radius raus. Genau, die macht Sonnen. Alles deins, alles deins, alles deins. Schönes Ding. Nice, ist eh vorbei. War der Letzte. Ja, die, die, ne? Langsam tun wir unsere Gegner leid. Ich kenne halt mit der Ballerina dauerhaft, äh, tatsächlich, ist ÖSM, dass ich, äh, super schnell in der Low-Kravity bin. Adios. Sehr gut, Gipi. Ja. Ein Geschenk von La Cantante. Dextre Munition! Der Spam da, wie nicht, muss so zack, 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 zack. Und dann ist auch irgendwann aber alle. Ich muss halt eine Wand an sitzen, dann hast du wieder voll. Ich kenne gerade neunmal auf Letzte drücken, es war scheißegal. Also ich konnte immer weiter machen. Ich glaube einfach, der Charakter hat mehr Low-Groalty-Energie oder so. Ja, du hast eine passive, also die steht auch da, was. Ja. Ich glaube, ich mag sie schon wieder. First. Ein bisschen nervös. Ja. Baaaiiii. 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 Baaaiiii.